level 13 überfall so wie sind dein eindruck von the game sagst du kann man öfter spielen macht spiel durch oder sagte weil jetzt ist eine stunde rum da oben steht eine stunde sind warum so was haben wir ks open aber k ist tot die tür ist stop der stern ist push das da wir können können natürlich sagen dass da ist er wollte ich schon den stern dahin schieben so der stars open jetzt können wir mit dem stern müssen wir wahrscheinlich auch mal die tür die wand ist abgeschlossen die wand ist abgeschlossen so was haben wir jetzt noch wir haben jetzt okay ist tot wir haben hier ein win was machen wir mit dem win ks win ks win können wir doch machen oder k ist zwar tot aber k ist auch gleichzeitig win für eine stunde reicht das game macht aber schon spaß zu rätseln also sagst du weg oder sagst du nächstes mal weiter okay ist jetzt nicht mehr abgeschlossen warte mal ich kann auch sagen k ist tot weg so noch mal chaos win weg was weg karte vollständig wir haben vollständig die karte gemacht und kommt dafür hier unten brauchen wir drei sonnenblumen und jetzt kommt die einsame insel guck mal das ist land zwei und man sieht sieht man meine maus ja das ist land zwei guck mal dann gibt es hier noch eins da 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 und hier unten ist irgendwas anscheinend also gibt es noch ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht länder auf jeden fall plus also plus das also zehn was insgesamt ist ja schon interessant oder ja dann machen wir das die einsame insel machen wir dann beim nächsten mal oder wir versuchen das spiel mal durchzuspielen okay geht klar okay dann war das baba siu vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal schaff